Musik Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen aus dem Studio von UKTV Ludwigshafen hier aus der Prinzregentenstraße 48, mitten im Hemmshof, zu einer weiteren Ausgabe unserer Reihe UKTV präsentiert. Und ich kann hinzufügen, den Kaiser von Atlantis. Der Kaiser von Atlantis, eine im Konzentrationslager Theresienstadt entstandene Oper, die in Ludwigshafen anlässlich des 80. Jahrestages der Reichsbrock-Romnacht als die Nationalsozialisten jüdische Synagogen anzündeten, Geschäfte plünderten und damit auch die Ausgrenzung und die spätere Ermordung der Juden in Deutschland begann. Und die Transporte, die später folgten nach Theresienstadt in das Vorzeigelager und alle Transporte, haben wir hier auch in der Pfalz mit dem Gauleiter Bürkel und Wagner eine sehr, sehr bedrückende Geschichte, die dann unmittelbar auch mit der Region und der NS-Vergangenheit zu tun haben. Umso lobenswerter und umso beeindruckender ist, dass die Ludwigshafener Initiative Stolpersteine zu diesem 80. Jahrestag das Projekt Kaiser von Atlantis gestartet hat und ganz wichtige, ganz hochrangige Mitstreiter, kann ich sagen, gewonnen hat. Und in der Regie von Hans-Günter Heime, den ich ganz herzlich im Studio begrüße, Herrn Uwe Sandner, Generalmusikdirektor des Pfalz-Tearsatz in Kaiserslautern und die Staatsphilharmonie, die ebenfalls dazu beigetragen hat, eine Oper auf die Bühne zu bringen, die es sozusagen wirklich in sich hat, wo es einem heute noch gruselt, erschreckt, aber auch mitreißt und von einer unglaublichen Menschlichkeit geprägt, einerseits aus der Situation der Zeit, aber auch musikalisch. Ja, nach wie vor ein sehr außergewöhnliches Werk ist, was weit über die Bedeutung dieses Augenblicks, dieses tödlichen Augenblicks in Theresienstadt hinausgeht, was Ullmann und Kien, die beiden, Kien, das Libretto und Ullmann, die Musik als Musiker und als Literaten da zusammen gemacht haben, in Theresienstadt in diesem Konzentrationslager. Herr Sandner, als Sie gefragt worden sind, machen Sie mit bei diesem Projekt, was ist Ihnen da als Musiker, da Sie ja Fleisch und Blut sind, durch den Kopf gegangen und wie sind Sie darauf zugegangen, auf diese Herausforderung? Das war eine riesengroße Freude und das ganze Projekt, eine Herzensangelegenheit, einmal wieder mit Hans-Günter Heime zu arbeiten, das war die dritte oder vierte Zusammenarbeit, die wir schon gemeinsam hatten, dann der ganze politische Kontext dieses Projektes und die Beteiligung von so vielen Institutionen, Stolpersteine, Ludwigshafen, Staatsphilharmonie haben Sie erwähnt. Es ist mit drin, die Musikhochschule Mannheim, dadurch, dass wir ein gemeinsames Opernstudio, das Pfalztheater Kaiserslautern mit Mannheim haben, das heißt, ja, habe ich erwähnt, Staatsphilharmonie, und dadurch bekam das Ganze ein angemessenes Gewicht auch, der Aufführungsort, Resushalle, das extrem gut dazu passt, zu diesem Suchet. Sie haben aber nach der Musik gefragt und da muss ich sagen, das ist sowieso die letzten zehn, elf, zwölf Jahre, die ich am Pfalztheater Kaiserslautern bin, ein Herzensanliegen gewesen, die sogenannte entartete Musik wieder auszugraben und vorzustellen. Es gab ja viele Komponisten, die mit ganz vorne in der Avantgarde waren in den 20er Jahren, Anfang der 30er Jahren, deren Lebenswerk, im besten Falle Lebenswerk nur, im schlimmsten Falle deren Leben von den Nazis dann jäh unterbrochen wurde und die hervorragende Werke geschrieben haben, die aber gar nicht bekannt wurden, weil dann skurrilerweise nach dem Krieg in den 50er Jahren gab es die neue Avantgarde und diese Komponisten waren dann künstlerisch out. Und insofern hat man die dann erst wieder in den 80er, 90er Jahren dann wieder entdecken können. Also ich denke an Komponisten, die dann andere Betätigungsbereiche gefunden haben, Korngold zum Beispiel, ein Wunderkind, das Werk geschrieben hat. Aber Korngold kannte man nach dem Krieg dann eigentlich nur als Filmkomponist, er ging dann nach Hollywood. Aber auch Komponisten, die dann, deren Leben wirklich dann zerronnen war und unbekannt geblieben sind. Schulhof war einer, haben wir die Flammen gespielt. Ernst Krennig, der erste wieder in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, dann entdeckt wurde. Da haben wir schon gespielt, aufgemacht. Und eben letztlich dann Braunfels und letztlich dann eben Ullmann. Und das Werk fehlte eigentlich in dieser ganzen Reihe, weil das, wie Sie gesagt haben, ein Werk ist, das wirklich in einem KZ entstanden ist. Und die rekurrierte auf die Situation in dem KZ inhaltlich. Und dazu eben musikalisch viele Elemente der Avantgarde hatte, die dann von den Nazis als entartet dann gebranntmarkt wurden und eben verboten, verbrannt und hingerichtet wurden. Also auch unter musikalischen Aspekten nach wie vor sehr aktuell und was wieder zu entdecken, auch ja ein sehr spannender Teil dieser Inszenierung war. Denn auch, Herr Heimer, inhaltlich ist das ja auch keine Oper, die man heute nicht mehr spielen sollte, weil die Zeit darüber hinweggegangen ist, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben einen neuen, wiederaufkeimenden Faschismus. Wir haben wieder Rassismus. Wir haben wieder das in unserer Gesellschaft, was auch damals mit dazu geführt hat, dass es zu einem KZ wie Theresienstadt und letztlich auch zu Auschwitz hat kommen können. Und ihre gesamte künstlerische Arbeit ist ja nun auch maßgeblich in der Auseinandersetzung mit dieser menschenverachtenden Ideologie einzuordnen. Er hat Impulse bekommen und deswegen ist es ja eigentlich auch nur logisch gewesen, dass Sie auch sofort gesagt haben, bei diesem Projekt bin ich dabei. Ja, ich bin von dem Material also äußerst, äußerst ergriffen worden und bin natürlich äußerst begeistert an diese Arbeit, auch mit Herrn Sandner da rangegangen. Es ist eine große Gnade, das haben machen zu können. Also für mich war es ganz, ganz tolle Arbeit. Die Arbeitskonstellation war sehr, sehr günstig, auch durch diese Zusammenarbeit mit dem Opernstudio in Mannheim oder dem Studio, was Kaiserslautern ja an der Oper verbindet, mit der Musikhochschule in Mannheim und mit Ihnen als Dozenten. Dadurch hatten wir eben auch eine Sängerqualität, eine junge Garde von Sängern zur Verfügung, was ganz selten so toll war. Also für mich auf jeden Fall als stimmliches, aber auch menschliches Material, in Anführungszeichen, das ist ja ein furchtbares Wort für die darstellenden Künstler. Aber es waren eben auch keine ursprünglich Deutschen, sondern es waren zwei Koreaner, zwei Chinesen, eine mexikanischstämmige und ein polnischstämmiger, jetzt Deutscher, diese sechs jungen Menschen haben dieses Material erarbeitet, dieses in einem KZ entstandene und auch in einem KZ durch die Inszenierung spielende Material. Und das war für mich als reichsdeutschen, Deutschdeutschen, der ich das ja bin, natürlich eine einmalige Gabe auch, die da an uns durch Sie oder durch das Theater in Kaiserslautern herangetragen worden ist. Das war besonders gravierend, weil es eben nicht durch Deutsche dargestellt wurde, was in unserer Vergangenheit so grausam, so furchtbar war und jetzt wieder so nicht nur in Deutschland keimt und blüht und droht und grauenvoll am Horizont da aufflammt, sondern das eben dargestellt worden ist durch Menschen, die jetzt zu uns kommen wollen oder gekommen sind oder in Zukunft auch kommen, bitte sollten, dürften, toll wäre es, wenn es von uns eben auch so aufgenommen würde. Also das war besonders für mich nochmal zu der ganz ungeheulichen Situation, wie dieses Material entstanden ist. Das ist natürlich eine einmalige, grausam und furchtbar und hat eine solche Qualität in dieser Todeskatastrophe geboren. Auch für den Ullmann, der ja gesagt hat, für mich war dieses Theresienstadt ein künstlerisch wichtiger, ganz wesentlicher Ort, mich weiterentwickeln zu können. Das ist ja ganz furchtbar. Das ist ja mit seinem Tod. Sie sind ja alle dann nach Auschwitz transportiert worden. Bis auf den Tod als Absurdum, der nicht umgekommen ist, sind alle umgekommen in Auschwitz, kurz nach der Nicht-Premiere. Ja, die Premiere hat ja nicht, es hat ja nur die Generalprobe stattgefunden. Aber das weiß man auch nicht genau, warum das dann nicht zustande kam, warum es, ob die Produzierenden selber gesagt haben, wir können das doch nicht durchhalten oder die Nazis, die SS dann gesagt hat, das darf nicht sein. Das war ja auch eine sogenannte Mustervorstellung, die dem Internationalen Roten Kreuz vorgestellt werden sollte, wie human doch oder wie pro-künstlerisch hier Juden zu ihren Aktivitäten, ihren künstlerischen Qualitäten in Theresienstadt geführt werden konnten und wie sie sich produzieren konnten. Das sollte dargestellt werden eben vor einer Kommission des Roten Kreuzes. Das war ja ein sogenanntes Hitlers-Muster-KZ und die kam natürlich genauso dann um wie in anderen KZs alle danach. Aber das kam ja eben nicht zustande, diese Vorstellung. Aber umso wichtiger ist es ja auch in der Replik, dass dieses Werk Theresienstadt sozusagen auch hat verlassen können und heute auf die Bühne, auf die Bühne gebracht wird. Ja, das ist überhaupt gerettet worden, bewahrt worden. Das ist eben eine Kopie auf irgendwelchen Materialien, wo Todeslisten waren, auf den Rückseiten, hat man dieses Noten- und Textmaterial dann retten können nach Amsterdam. Und es ist in Amsterdam ja dann auch 1975, glaube ich, uraufgeführt worden, zum ersten Mal gespielt worden. Und wir haben ja in der Geschichte, wo es ja um Überwindung des Todes, also wo sich der Tod ja weigert, sein Geschäft zu vollbringen, weil das von ihm verlangt wird. Und erst als der Protagonist, der ja eigentlich auch wohl die Hitlerfigur darstellte, selbst sagte, ich sterbe, war der Tod wieder bereit einzutreten. Im Umkehrschluss ja ein Stück, was sehr viel auch Hoffnung über, für Menschlichkeit und Humanität und über dieses Konzentrationslager hinaus transportiert hat. Und das ist ja auch, Herr Sandner, musikalisch mit einer Kombination sehr vieler verschiedener, unterschiedlicher Komponisten, auch unterschiedlicher musikalischer Avantgarde des beginnenden 20. Jahrhunderts entstanden, mit dem sich Ullmann ja auch zu Lebzeiten, also bevor er der KZ-Situation beschäftigt hat und da ja auch mit Schönberg zum Beispiel gearbeitet hat. Ja, Ullmann war ein, muss ein unglaublich faszinierender, neugieriger Musiker, Mensch sogar gewesen sein. Er hat ja auch in Stuttgart zwei oder drei Jahre lang eine anthroposophische Buchhandlung geführt, am Charlottenplatz und hat in Wien bei Schönberg, wie sie sagten, gelernt. Später ist dann zu Alexander von Zemlinski auch so ein Komponist, der verfemt war und ist dort zu ihm gegangen, an das Theater und hat dort dann als Kapellmeister und Komponist gearbeitet, hat in Zürich gearbeitet als Komponist. Er hat in Prag bei Haber auch gelernt, das war der erste Komponist, der Vierteltöne verwendet hat, also der von unserem Tonsystem abgerückt ist. Und so hat Ullmann überall, wo er konnte, eigentlich bei den Top-Avantgardisten gelernt und hat alles gekonnt. Er hat eine unglaubliche Virtuosität im Komponieren. Er hatte alle Stile drauf und hat eben zu einer Zeit dann polystilistisch komponiert, als das noch lange nicht Schnittke hat, das dann vor 30 Jahren dann in Russland gemacht hat. Polystilistisch heißt? Polystilistisch bedeutet, in verschiedene Stile nicht nur collagenhaft nebeneinander gestellt, sondern sogar miteinander vermengt und also man, und das meine ich überhaupt nicht negativ, man kann drin hören, Kurt Weil zum Beispiel, er hat drin die neue Sachlichkeit, die man heute mit Hinde mit verbindet. Er hat Elemente des Jazz mit drin, er hat Elemente des Impressionismus mit drin, was damals auch noch eine neue musikalische Ausdrucksform war. Und natürlich das Gegenteil davon, den Expressionismus. Also lauter Akkorde, die entweder oszillieren, schillern, wie im Impressionismus, oder eben Akkorde, die eine unglaubliche Aggressivität ausstrahlen, weil sie auf Intervallen, auf Bausteinen fußt, die man bis dahin nicht verwendet hat in der Musik. Also man findet sehr, sehr, sehr viel in dieser Musik und doch hört man in jedem Takt Ullmann. Also es ist nicht so, dass es, wie ich vorhin meinte, bitte nicht negativ nehmen, dass es einfach nur Eklexismus ist, sondern, also nur Nachahmerei ist, sondern es ist alles eingebunden in eine ganz eigene, originäre Ullmann-Musiksprache. Und das ist faszinierend. Und damit ja auch als Kammeroper ja mit einer sehr verhältnismäßig kleinen musikalischen Besetzung. Ja, ja. Also auch unter den Verhältnissen geschuldet, diesen Fürchten. Den Verhältnissen geschuldet. Das ist wie Herr Heime sagte, dass das für Ullmann, das wirft auch für mich ein unglaubliches, unfassbares Bild auf den Menschen Ullmann, dass er sagt, eben, wir haben in Theresienstadt nicht nur an den Wassern Babylons gesessen, sondern das war für mich auch eine künstlerische Herausforderung und ich bin weitergekommen und unter diesen Umständen, wenn ich den Bogen schlagen darf, er sprach da gerne vom Stofflichen und von der Form, dass eben das Stoffliche überwunden wird durch die Form oder eingeht in die künstlerische Form. Und dass das mit den Verhältnissen in Theresienstadt natürlich eine ganz andere Herausforderung war als in der Zivilisation, das hat er da auch noch positiv sehen können. Das ist unglaublich. Ja, er hatte dort beschränkte Mittel zur Auswahl und er hat dann eben ein Stück geschrieben für die Besetzung, die er dort hatte in Theresienstadt. Es gab da eine Swing-Kombo, die hat er auch mit eingesetzt. Das war der ursprüngliche Plan. Der hat sich dann während der Arbeit dann ein bisschen geändert, aber es gibt noch Swing-Elemente da drin. Und er hat eine Oper geschrieben für eine unglaublich aparte Besetzung. Es sind fünf Streichinstrumente, zwei typische Streichquintett, zwei Violinen, eine Barrage, ein Cello, ein Kontrapass. Es sind fünf Blasinstrumente, auch fast klassisch, eine Flöte, eine Oboe, eine Klarinette, eine Trompete und dann kommt noch eben als Zwitter, als Verbindungsinstrument das Saxophon dazu, was in der klassischen Musik außer ein paar Versuchen in Frankreich noch nicht im normalen Orchester war und das auch eher wie ein Jazzinstrument eingesetzt ist bei Ullmann. Und dann gibt es noch fünf Instrumente, die aus dem perkursiven Zupfbereich kommen, eine Gitarre, eine Mandoline, ein Klavier, ein Cembalo und Schlagwerk. Ja, nicht nur dezent, sondern sogar, Sie haben es zum Glück szenisch genutzt, dann die Trommel, weil eine Figur da drin ja ist, ist ja auch der Trommler. Und das ist sehr verzahnt von Ullmann, die Partie des orchestralen Trommlers mit der Partie des szenischen Trommlers. Das wäre jetzt meine Frage, Herr Heimer, Sie, dieser musikalische Part, die Umstände dieses Stückes und die Inszenierung, und da ging es ja auch darum, wie finde ich den Ort, an welchem Ort mache ich das? Wie haben, also ich sage ganz einfach, wie haben Sie inszeniert vor dem Hintergrund, an welchen Grundideen mit... Ja, es ist ja wahnsinnig schwer, weil es ja alles, jeder Schritt, den man da tut, die Bewegung, die Betonung, ist ja eine Verantwortungsfrage oder eine moralische Frage, darf man das überhaupt, kann man überhaupt diese sechs Menschen in KZ-Kostüme stecken und dann darüber diese Kleidung, die der Ullmann und der Kien durch die Partitur vorschlagen, wie ein Diktator, wie ein rasenden, wahnsinnig gewordenen, Hitler-ähnliche Figur mit Goebbels und Göring durchtrennten Superidioten, ja. Und darunter hatten diese Sänger eben alle ein KZ-Kostüm, was dann auch noch ausgezogen wurde, ganz am Ende, als sie dann in die Dusche unter die Gase, unter den Gashahn eben dann getreten sind. Ja, also die Frage, die Ihre Frage jetzt wiederum eigentlich so bedeutsam macht, darf man überhaupt ein solches KZ-Kostüm anziehen und damit heute eine künstlerisch-politisch wesentliche Aussage tätigen zu wollen? Oder ist das eigentlich auch, ja, eigentlich schon Schändung dessen, was wir da getrieben haben? Aber ich glaube, das war ein absolut notwendiger Grundpartikel, der diese Inszenierung notwendigerweise eben als Ausstattung für diese Schauspieler, für die Sänger eben gegeben hat. Und dann haben wir letzten Endes nur eine Hakenkreuzfahne, eine verdrehte Verkehrtrumme. Die Nazis haben ja ein verkehrtes Symbol benutzt, das ist ja das indische Untergangssymbol und nicht das Siegessymbol, die haben es einfach verkehrt rumgenommen. Ich habe das natürlich dann richtig rumgenommen, also als Untergangssymbol, also andersrum das Hakenkreuz. Und dann haben wir so ein Eisengestänge gehabt, wie diese KZ-Betten waren überall auf der ganzen von den Nazis eroberten Welt oder eben in Deutschland oder in Polen vor allem waren. Und mehr haben wir eigentlich gar nicht gehabt. Wir hatten dann diese ungeheuer wirksame Halle, wie Sie sagten, aber wir haben das dann ja auch in Kaiserslautern zehnmal gespielt oder achtmal, ich weiß gar nicht, wie viel das war, auch vor Jugendlichen, ganz tolle Vorstellungen waren das ja, wo wir das in einen normalen Theaterraum gebracht haben. Und das hatte natürlich dann nicht diese grauenvolle Opulenz, dieses Betondrecks, diese Halle in Ludwigshafen, aber hatte natürlich wieder andere Vorteile, dass die Akustik da wahnsinnig toll war, die aber wiederum in dem Film jetzt auch so toll ist, weil wir natürlich die Mikrofonierung, die wir da hatten, ist natürlich auch besser als das live in Ludwigshafen war. Aber wir waren richtig erstaunt, dass das auch im Theater funktioniert hat. Ja, aber es hat ja so toll in Kaiserslautern auch absolut toll funktioniert. Ja, also das ist die Frage, ich glaube, man kam da überhaupt nicht drum. Es war selbstverständlich, dass man diese Grundsituation, wie das entstanden ist und mit wem und durch wen und auch für wen, für diese jüdischen Zuschauer eben, Zuhörer, Leidenden, Verurteilten, Todesbedrohten, aber eben auch für die Beobachtung der SS oder für das sogenannte Rote Kreuz, was ja da auch sehr, sehr, naja, durch die Schweiz auch sehr rechtslastig angehaucht war. Sonst hätten die ja das auch gar nicht so empfunden oder das kontrollieren wollen, wie human dieser Faschismus sich da niederschlägt. Da war natürlich überhaupt nichts an Humanität, sondern eine ungeheuerliche Brutalität, die eben es aber geschafft hat, diesen Ullmann zu dieser ungeheuerlichen Qualität zu bringen. Oder auch das Material von dem Kien, das ist ja mit 24 Jahren der Dichter, der Librettist umgekommen, schon mit 24, der Ullmann ist ja auch nur Ende 30 geworden, aber auch die Grundlage, die Textgrundlage ist von einer ganz, ganz großen poetisch-politischen Qualität. Da sind viele Partikel von dem Kien eben eingeflossen, Gedichte, Textstellen, die es schon gab, die dann in diese Partitur gekommen sind. Bei dem Ullmann war das ja nicht so, ne? Diese Musik ist wirklich, hat er was verwendet, was es vorher von ihm schon gab und dann da eingebaut? Teilweise. Wirklich? Teilweise, ja, ja. Er hat zum Beispiel das, was sie immer so lieben, das Intermezzo, diesen Totentanz. Ach, das ist ja Wahnsinn. Ja, der ist ein ungeheuerlicher Totentanz. Das ist eigentlich aus der fünften Klaviersonate, hat er das genommen. Und er hat die Arie des Diktators am Ende, das war eigentlich vorerst in einem anderen Projekt geplant, von dem ich jetzt den Titel nicht weiß. Also der Ullmann hat durchaus auch zurückgegriffen auf andere Bausteine. Aber es ist so ein, dieses ganze Opus ist ja genau eine Stunde lang, bei uns eben auch eine Stunde geworden. Es ist eine große, große Qualität, neben aller politischen, ja, auch menetekelhaften und heute natürlich äußerst, äußerst brisanten, ja, auch von der Musik her, das ist ja eine Musik, die haut einen um. Also das ist ja auch, das ist ja zu mitsingen alles eigentlich, so ein tolles Schlager am anderen. Ja, neben aller, neben aller musikalischen Krassheit auch. Es ist wirklich ein großes Opus. Ich meine, die Hoffnung, also für mich, damals, als wir das aufgezeichnet haben mit dem Team von OKTV Ludwigshafen, und ich das erste Mal gesehen habe, weil es ist bedrückend, aber es ist auf der anderen Seite auch sehr, ja, menschlich selbstbewusst und damit auch Perspektive gebend. Eigentlich dieses KZ-System, diese Macht über den Tod oder dieser faschistischen Ideologie brechend. Es ist eben sehr kräftig, es hat Kraft, es hat enorme Kraft. Und die Musik, ich wollte das nur noch so, es ist ja das Wort, dieses Kraft, das ist ja so ein Vokabel im Dritten Reich, aber das hat eine irrsinnige Kraft, auch durch die Behauptung eben, wenn die Juden die Kraft haben, zu ihrem eigenen Tod zu finden, dann überwinden sie eben den Faschismus. Die Nazis, dann sind die unwichtig, weil sie selbst, selbst dieses Leben, dieses Leben auch als ein zu endendes, für sie selbst auch zu beendendes ergreifen. Und das ist ja, das ist eben diese Todverweigerung, dieser Untertitel eben auch äußerst wichtig, dass der Tod einem eben die Kraft auch gibt, über Situationen hinwegzukommen, weil man den eigenen Tod, den eigenen Tod als solchen, ja, versteht und ergreift und begreift, als den eigenen. Und dann kommt man natürlich über das Grausamste in irgendeiner Weise hinweg. Und deswegen hat das so eine Kraft, dieses Projekt, ja, meine ich nicht, was wir da, sondern was da steht in den Noten und in den Worten. Herr Sandmann, was meinen Sie denn, was diese Musik, gerade auch diese Form, die Ullmann gefunden hat, mit dem gesamten, mit diesem Hintergrund, über den wir ja vorhin gesprochen haben, ja jetzt heute noch relevant, heute noch relevant, was können Sie, was kann Opernmusik, Opernmusik, was können die Orchester sozusagen heute noch aus diesem sehr ungewöhnlichen, beeindruckenden Stück auch an eigener Kraft ziehen? Ja, dadurch, dass er eben so viele verschiedene Elemente verwendet, ist das immer eine Herausforderung, dieses schnelle Umschalten und auch den Ullmannton zu treffen. Also es gibt durchaus Dinge, die mit den Musiker gewöhnt sind, umzugehen oder Sänger. Es gibt für jeden Darsteller gibt es ein Motiv, das Ullmann verwendet. Das könnte man Leitmotiv nennen. Es wird nicht ganz so eingesetzt in dem Sinne, wie Richard Wagner, der das erfunden hat, dieses Leitmotiv eingesetzt hat, aber damit ist zum Beispiel jede Figur charakterisiert mit einem bestimmten Motiv. Die Motive sind wunderbar auf die Charaktere hin erfunden. Also wir haben ein sehr, ein Motiv für den Harlekin, eine Figur, die gleichzeitig lachen und weinen kann. Und dieses Motiv ist unglaublich widerspenstig im Metrischen. Es sind lauter drei Achtelgruppen, aber in einem Viervierteltakt. Das heißt, es ragt immer ein Ende darüber hinaus über den Taktstrich oder eines beginnt vorher. Es kann sich überhaupt nicht entscheiden in der Richtung. Es zentelt mal nach oben, mal nach unten. Es hat verschiedene Artikulationen. Das heißt, mal sind drei Noten gebunden und dann kommen mal wieder drei, vier gestoßene Noten. Also voller Überraschung dieses Harlekin-Motiv. Oder nehmen wir die Figur des Bubikopf. Das ist eine weibliche Figur. Das ist eine Kämpferin, eine Soldatin, die für Bass erstaunt ist, dass es etwas anderes gibt als Landschaften, Zerklüfte von Granatentrichtern. Dass es Worte gibt, die nicht kläffen. Dass es eben so etwas wie Liebe vielleicht geben kann. Da klingt das Motiv plötzlich wie aus einer Puccini-Oper. Flexibel und geschmeidig und lyrisch und sofort ans Herz gehend. Und so weiter und so fort. Das ist die eine Sache, die auch für jeden Zuhörer sehr ohrenfällig wird. Dann gibt es Momente, die sind richtig wie in einer normalen, auch romantischen Oper komponiert, wo sofort der Affekt, der auf der Bühne, der im Text sich transportiert, der sich situativ durch das Bühnengeschehen transportiert, sofort in der Musik auch da ist. Also sehr gestische Motive, ruppig auffahrende Streicher, brüllende Bläserakkorde, wenn etwas Schreckliches verhandelt wird, wenn der Tod sein Schwert zerbricht. Dann gibt es einen harten Schlag, einen hölzernen, knöchernen Schlag im Schlagwerk. Solche Sachen. Aber dann gibt es auch Sachen, die sind sehr vorne in seiner Zeit damals, eben 1943, 1944. Das Intervall, also der Tonabstand, auf dem diese Oper aufgebaut ist, ist das hässlichste Intervall eigentlich. Und es war jahrhundertelang den Komponisten verboten, dieses Intervall zu benutzen. Und wenn, dann nur unter bestimmten Voraussetzungen, unter bestimmten harmonischen Auffangregeln. Und das ist der Tritonus. Das ist genau in der Mitte einer Oktave. Das Ba, Ba und dieses Ba, Hallo, Hallo, mit der die Oper beginnt, sind eben zwei Tritonie, die übereinander gesetzt sind. Und das Tolle ist jetzt, dass damit Ullmann strukturell weiterarbeitet. Nämlich setzt man dann noch einen dritten Tritonus hinein, dann hat man plötzlich, wenn man die Töne hintereinander singt und nicht in Abständen von Tritonie, hat man plötzlich eine Ganztonleiter. Und die Ganztonleiter ist wiederum, was ich vorhin sagte, ein beliebtes Stilmittel für den Impressionismus. Aber er verwendet dann nicht nur die Ganztonleiter, sondern er verwendet auch das Intervall, aus dem der Tritonus hervorgegangen ist, ist eigentlich die Quarte. Wenn man also den oberen Ton, einen Halbton nach unten versetzt, hat man eine Quarte. Und da sind wir bei Arnold Schönberg. Die Quarten in seiner Kammer-Sinfonie war damals ein kleiner Skandal, dass das Stück von Schönberg dann nicht mehr auf reinen Terzen aufgebaut ist, wie man das vorher gewöhnt war, sondern plötzlich das Thema nur auf Quarten gebaut war. Und bei Ullmann gibt es viele, viele Akkordkonstruktionen, die nur auf Quarten aufgebaut sind. Alles mal jetzt so ein paar technische Dinge. Die ungeheure Kraft und auch den Humanismus, den Sie ansprechen, der hat vielleicht auch noch damit zu tun, dass so einige Zitate in dem Werk vorkommen. Gleich zu Beginn, wenn der Trommler, der Propagandist, der Goebbels auftritt, da wird die Nationalhymne zitiert. Allerdings nicht im normalen Tongeschlecht, in Dur, sondern in Moll oder sogar ganz genau gesagt, sie wird hineingeschmissen in eine alte Kirchentonart, in das Phrygische, die wie Moll klingt. Und dadurch wird diese Hymne verfremdet. Aber der Wiedererkennungswert ist natürlich da. Man kann sich gleich daran orientieren. Oder er zitiert, das ist weniger ohrenfällig, Volkslieder. Schlaf, Kindlein, Schlaf zum Beispiel, aber dann nicht mit drei Ganztönen Schlaf, Kindlein, Schlaf, sondern mit drei Halbtönen Schlaf, Kindlein, Schlaf. Und dadurch ist das etwas verfremdet. Aber man fühlt sich heimisch. Also man hat einen Anknüpfungspunkt als Hörer, auch wenn einem das vielleicht gar nicht bewusst wird. Und natürlich ganz prominent. Und das macht eben das Ende, wie Sie vorhin sagten, so fast, es passiert Schreckliches. Und trotzdem fühlt man sich aufgehoben in der musikalischen Form. Er zitiert nämlich da ein feste Burg, den Choral. Teilweise sogar in nicht mal verfremdeten Harmonien, ein bisschen verfremdet. Und dann spielt immer nur das Harlekin-Thema da kurz hinein. Aber das strahlt eine unglaubliche Ruhe und Geborgenheit und Gelassenheit angesichts des Todes da. Und das betröstet einen irgendwie dann auch rein musikalisch über das schreckliche Geschehen auf der Szene hinweg. Und so wie Sie das eben geschildert haben, ist es ja auch, oder wird es ja auch noch mal so unglaublich klar, welche Angst dieser Faschismus vor Intelligenz, vor dem Blick auf die Welt, vor dem Blick auf eine komplexe Welt haben, was Vereinfachung alles an Gefahren nach sich zieht. Und dass dann Kunst auch als sehr komplexe Antwort auf Gegenwart uns ja dann auch sehr aktuell, deswegen hat es ja dieses Projekt auch gegeben, wieder neu auch Orientierung geben kann und ganz relevante Impulse geben kann. Das war für mich eines der zentralen Aspekte, neben diesem musikalischen oder auch, ich sag mal, theaterästhetischen Erlebnis auf der Bühne in dieser Halle. Und das kombiniert mit diesen Inhalten ja natürlich auch eine wichtige Inszenierung und ein wichtiges Werk, gerade in unserer Zeit darstellt. Das war nichts, was von gestern war, sondern das ist was, was im Heute ist, war künstlerisch wie politisch. Es ist eine ungeheuerliche Sehnsucht nach Leitplanken da, im positiven Sinne. Das Wort Leitplanke kann natürlich auch wieder als äußeres Negatives sein, wenn diese Autobahnen wir denken und sowas. Aber es ist bei aller Katastrophe dessen, was sich politisch in Europa im Moment so abspielt, ist eine ganz große, auch bei den jungen Menschen, eine Sehnsucht da, eine Sicherheit, aber nicht Abgesichertheit im ökonomischen Sinne, sondern dieses Leben nicht zu zerleben und einfach nur dahin zu leben. Und diese Sehnsucht nach einem Halten, nach einem System, was einen hält und den anderen vereinnahmt, im positiven Sinne oder mich überhaupt auch mit mir selbst in Kontakt kommen lässt, mit mir selbst, ich mit einem anderen in Kontakt, diese Sehnsucht ist, glaube ich, riesig. Und diese, was Sie da beschrieben haben, das ist, glaube ich, wirklich in dem Stück da. Man geht da raus, natürlich kaputt mit dem, dessen, was wir da getrieben haben, aber mit einer, ja, gestärkt, oder? Gestärkt, meine ich, im positiven Sinne. Und das passiert einem nicht oft im Theater. Also jetzt vom Material her, eine Aufführung kann mal gut oder mal schlechter sein, aber vom Material ist das so kräftig. Das Tolle, dass, wie Sie sagen, es ist hochkomplex eigentlich, aber in der Wirkung so klar und so einfach und so, also es macht Komplexität sinnlich. Und das ist das Tollste, was in der Kunst passieren kann, dass man eben Komplexität sinnlich erfahren kann, ohne, dass man unbedingt jeden Schritt jetzt gedanklich nachvollzogen haben muss. Und das ist genau das, wie Sie gerade erwähnt haben, was natürlich auch sehr einfach denkenden Menschen, was faschistisch denkenden Menschen, was vereinfachern Angst und Sorge macht, weil Komplexität plötzlich eben erfahrbar wird. Und das ist gefährlich. Oder wie Konstantin Wecker, der Schirmherr dieses Projektes, sagt eben, Poesie ist gefährlich für diese in der Mehrheit halt rechten Politiker, die in ganz klaren, einfachen Bildern sich gerne austoben. Ja, deswegen sind wir froh und auch nochmal an Sie beide herzlichen Dank. Nicht nur, dass Sie heute bei uns waren, sondern dass es auch möglich war, eine Fernsehfassung aus den Aufführungen zu machen, dass es diese Oper auch im Fernsehen und in den Medien geben wird, nicht nur in Ludwigshafen, sondern auch noch in anderen Bürgermedien der Republik, dass ganz viele Menschen all das, über das wir gesprochen haben, dann auch sinnlich erfahren können und hoffentlich auch dann diese Botschaft, die damit verbunden ist, aufnehmen und auch weitertragen. In diesem Sinne, meine Herren, vielen Dank, dass Sie da waren und ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit, die hoffentlich auch über dieses Stück hinaus in diesem Geiste eine Zukunft hat und auch ganz wichtig ist, glaube ich, als Orientierung in dieser Zeit. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ihnen herzlichen Dank. Okay.